So, ich bin hier gerade mitten in der Wallachei in Hameln bei meinem besten Freund Thomas zu Besuch. Thomas sag mal hallo. Hallo René. So und zwar haben wir gerade eine lustige Entdeckung gemacht bei seinem Auto. Das ist ein BMW. Welches Modell ist das Thomas? 320 Diesel Baujahr 2005. Ja cool und zwar 2006, 2005. Auf jeden Fall ist es ein Auto ohne Key. Let's go. Aber jetzt wollen wir mal demonstrieren was uns hier gerade aufgefallen ist. Genau und zwar, das ist ja noch ganz normal. Auto startet. Ja das stimmt. Autos aus. Jetzt nehmen wir mal diesen Schlüssel und schmeißen ihn da hinten hin. Da hinten liegt, da wo der Eiswagen gleich rüber fällt. Hier ist kein Schlüssel drin. Und oh Wunder, ich kann starten und ich kann sogar fahren. Und wie du siehst das Auto läuft ohne Schlüssel. Das lustige ist, wir haben das eben gerade schon mal ausprobiert. Man kann auch längere Strecken fahren, ohne dass der Schlüssel da ist oder in der Nähe ist. Ja ich kann auch öfter anmachen. Das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt. Aber das ist Murphys Gesetz. Eben funktionierte das noch und ja BMW, das ist unglaublich.